Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Einer der vielen unbequemen Fakten in der Bibel ist, dass Gott Krankheiten sendet, dass Gott Katastrophen sendet, dass Gott Strafen sendet. Diese Welt ist natürlich eine sehr ungerechte Welt. Gott sei Dank gibt es einen Gott, der für Gerechtigkeit sorgt, spätestens natürlich in der Hölle. Aber auch jetzt schon finden wir, dass Gott eben Krankheiten sendet, Katastrophen und so weiter, um ungerechte, gottlose Menschen zu bestrafen. Und eine Strafe, die Gott sendet, sind eben Krankheiten. Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 28 Vers 15, Vers 27 kommt klar mit dem Fakt, dass Gott ein strafender Gott ist, dass Gott ein Gott der Rache ist, ein Gott des Kriegs. Ja, Gott ist auch ein Gott der Liebe. Gott ist auch ein Gott der Gnade. Aber wenn du dich gegen Gott wendest, dann mach dich darauf gefasst, gestraft zu werden und mach dich darauf gefasst, dass es keinen Retter geben wird, denn Gott ist der einzige Retter. Und wenn du dich gegen Gott wendest, gegen den einzigen Retter, dann gibt es keinen Retter. So einfach ist das. Aber ein aktuelles Beispiel für Krankheiten, die Gott sendet, sind Affenpocken. Und es heißt in der Stuttgarter Zeitung, das ist ein Zitat von einem gewissen Herrn Tedros, dem Chef der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Für Männer, die Punkt, Punkt, Punkt mit Männern haben, bedeutet dies, dass sie vorerst die Zahl ihrer Partner reduzieren, den Punkt, Punkt, Punkt mit neuen Partnern überdenken und mit jedem neuen Partner ihre Kontaktdaten austauschen sollten, um sie bei Bedarf kontaktieren zu können, sagte Tedros, Chef der WHO.